Rico, können wir das Paket öffnen? Tja, dann sind wir mal neugierig. Das ging schon durch ganz viele Pfoten und entsprechend viel Klebeband. Vielleicht sollte ich das größere Messer holen, was meinst du Kleiner? Ja, ich weiß nicht. Ein kleiner Schnitt, gehört immer dazu, ohne Blut ist eine Klinge ja nix. Ja, da guckst du, was ist da alles drin, was ist da alles drin, ui, 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 ich glaube, da haben wir einiges zu gucken, was, tja, da suchen wir dann was aus und stecken auch wieder was rein, das ist diese Aktion mit diesem Wanderpaket, wo mehrere Blogger, ich glaube, seit letztem Jahr, ich bin mir nicht sicher, ich muss das nochmal nachgucken, ich glaube, seit Sommer oder Frühjahr, letzten Sommer, ein Paket auf Wanderschaft geschickt haben, das nun bei mir angekommen ist, vorher war es bei Beagle Timmy, wenn ich mich noch richtig erinnere, und nach mir sind, glaube ich, nur noch ein oder zwei dran, ich muss auf jeden Fall mal gucken, an wem es als Nächsten rangeht, spätestens nächste Woche werde ich es dann wieder weiterschicken, den Beitrag werdet ihr dann im Blog lesen, eine schöne Aktion und ich glaube, so wie Rico sich so benimmt und schon seine Lefzen leckt, er freut sich auch schon. Bis bald, ciao.